In Europa brengt es überall, Euro-Rettung, TTIP, die Situation in Griechenland. Die einzigen Akteure, die hier Entscheidungen treffen, die sitzen zentral in Berlin oder in Brüssel. Das sind Regierungen, das sind die großen Konzerne und die Finanzmärkte. Ich möchte, dass die Bürger wieder ins Spiel kommen, dass die Bürger entscheiden, aber auch, ganz wichtig, die gewählten Abgeordneten und Parlamente. Und dass wir diejenigen sind, die die Spielregeln unseres Zusammenlebens gestalten.